Wie ist Aretha? Wie ist Aretha? Wie ist Aretha? Alles gut. Alles gut. Singen ist heilig, Rhi. Und du solltest es nicht tun, nur weil es jemand von dir verlangt. Aber am allerwichtigsten ist, dass man dich mit Würde behandelt. Und mit Respekt. Du bist was Besonderes, Rhi. Du hast ein Talent. Sie nennen dich Genie. Wie alt ist sie? Erst zehn, aber ihre Stimme wird noch kraftvoller, Schätzchen. Wie viele Alben hast du gemacht? Vier. Und keinen Hit. Ich will, dass du dich konzentrierst und belanglose Ablenkungen vermeidest. Schätzchen, finde Songs, die dich bewegen. Wenn du das nicht schaffst, kommst du nicht weiter. Ich muss etwas ändern. Ich möchte singen, was ich singen will. Okay. Gefällt's euch ehrlich? Wir lieben es, Rhi. 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 Rhi, Rhi. 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 Das ist wirklich gut. Ich habe eine Single von diesen neuen Mädchen, Aretha Franklin. Mit Stolz präsentiere ich Ihnen Aretha Franklin. Du wirst mir das nicht kaputt machen. Ladies and Gentlemen, this Aretha Franklin. Dieser Song ist für alle, die sich schon mal schlecht behandelt gefühlt haben. Du brauchst dringend eine Pause. Ich weiß, wie ich mein Geschäft führe. Hast du den Verstand verloren? Vielleicht habe ich ihn gerade gefunden. Ich glaube, ich habe Gänsehaut. Siehst du, was sie ist? Sie ist ein Wunder.